Was ist die Ernehmung? Heutzutage kann man alles tracken. Von der Ernährung über Sportworkouts bis hin zum Fahrstil. Mit letzterem beschäftigt sich ein Karlsruher Startup-Unternehmen, das eine Kombination aus Software und Hardware auf den Markt gebracht hat. Pace. Das ist ein Stecker, bei uns genannt PaceLink, und der kommt in diese Diagnose-Schnittstelle rein und der verbindet sich dann via Bluetooth mit dem Mobiltelefon. Und dann werden die ganzen Daten, die aus dem Fahrzeug während der Fahrt generiert werden, wie zum Beispiel Drehzahl, Motorlast, Verbrauch und so weiter, an die App geschickt und in die Cloud. Und aus diesen Daten werden dann Informationen generiert. Anhand der gesammelten Informationen erhält der Fahrer Feedback über seinen Fahrstil und den Verbrauch. Bleibt das Auto liegen, können Fehlercodes vom Fahrzeug direkt an eine Werkstatt weitergeleitet werden. Diese Fehlercodes sind oft stark verschlüsselt. Das heißt, wenn Fehlermeldungen kommen, die wir interpretieren können, dann geben wir gleich noch einen Hinweis, was das denn bedeuten kann. So weiß der Fahrer, ob er bis zur nächsten Werkstatt weiterfahren kann oder ob andere Maßnahmen notwendig sind. Die Datengenerierung durch Pace hat aber noch einen weiteren ganz entscheidenden Vorteil. Dadurch ist es uns möglich, auch einen automatischen Notruf auszulösen im Extremfall, sodass wir den Rettungsdienst rufen können. Dieser automatische Notruf wird ab 2018 in allen neuen Wagen Pflicht. Warum dann bis dahin auf so eine Ausstattung verzichten, wenn es Pace gibt?